Es war ein cooles Erlebnis, v.a. vom Fahrer her, vom Motor her, vom Trämmoment. Du hast wirklich gemerkt, Elektro geht hier schön und gleichmässig. Gefahren sind wir gestern ein wenig von Bänken bis Schaffensheim. Rettour nochmal, Fion über den Rücken. Wir hatten am Schluss immer noch 44% und heute sind wir jetzt Richtung Bern. Wir haben etwa 300 Kilometer gemacht und wir haben noch 35%. Das ist eigentlich nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.